Festplatten, Hard Disk Drives und entsprechend Aus-Tab Kapitel 37, das gleichnamige Kapitel. Datenpersistenz, also deswegen brauchen wir die eigentlich und Festplatten, also Hard Disk Drive, sind eigentlich die seit Jahrzehnten am weit verbreiteten Art Daten zu speichern. Also ich denke jeder von Ihnen hat noch eine Platte, inzwischen gibt es SSDs, das ist nochmal ein ganz anderes Problem. Auch da kommen wir, oder in der Folie sogar noch drauf zu sprechen. Und zwar hängen Dateisysteme ganz stark von den darunter liegenden Geräten ab. Und da können Sie sich jetzt, wenn Sie jetzt die nächsten paar Folien sehen, sich auch mal überlegen, welche Konsequenzen hat das eigentlich, wenn ich eine klassische Festplatte hin zu einer Solid State, also zu einer SSD wechsle, schon allein, wenn ich das in meinem Betriebssystem auswechseln würde. Also ich ziehe eine normale Festplatte raus und stecke eine SSD rein. Und angenommen, mein Betriebssystem kommuniziert mit der Platte eigentlich so, als wäre es eine Festplatte. Und deswegen schauen wir uns jetzt einmal an, wie es eine Festplatte auch aufgebaut ist. Das heißt, wir stellen uns mal die Fragen, wie speichern moderne Hard Disk eigentlich Daten überhaupt ab? Wie sieht das Interface aus, dass ich so eine Festplatte anprogrammieren kann? Wie sind die Daten da eigentlich angeordnet und wird darauf zugegriffen? Und wie lässt sich damit das Descheduling verbessern? Und erstmal das Interface. Der Aufbau ist im Grundprinzip immer ähnlich. Das Laufwerk, das besteht aus einer gewissen Anzahl von Sektoren. In der Regel ist es in der Form von einem 512-Byte-Block. Da gibt es auch andere Varianten. Jeder Block kann individuell gelesen und geschrieben werden. Das heißt, ich lese immer solche 512-Byte-Blöcke oder schreibe die dementsprechend auch. Man nennt das auch Sektoren. Und jeder dieser Sektoren oder dieser Blöcke ist auch nummeriert. Das ist zum Beispiel von 0 bis n-1, wenn ich n solche Sektoren habe. Ich kann sogenannte Multisektor-Operationen durchführen. Die sind auch gängig. Das heißt, ich führe eine Operation auf mehreren Blöcken, beziehungsweise Sektoren, auf einmal aus. Viele Dateisysteme lesen da zum Beispiel 4 Kilobyte oder mehr auf einmal. Also ich lese da nicht nur solche 512 raus, sondern auch mehr. Allerdings sind atomare Schreiboperationen immer nur auf so einem 512-Byte-Block zugesichert. Und da habe ich mal so ein Beispiel von so einer Schreiboperation. Der Fehlschlag an der Stelle, das nennt sich dann auch Torn-Write. Und wie funktioniert das? Also angenommen, ich habe jetzt 4 KB. Das ist die komplette Grafik hier, die wir schreiben wollen. Und jetzt haben wir die ersten drei Blöcke geschrieben. Und die sind auch persistiert auf der Festplatte. Und jetzt hier ganz am Ende von dem vierten Block, da ist ein Stromausfall oder irgendwas geht kaputt. Das heißt, die letzten fünf Blocks, die werden nicht geschrieben. Und obwohl von diesem Block hier schon ganz viel auf Platte gelandet ist, ist das im Prinzip nicht kommittiert an der Stelle. Das heißt, das Einzige, was atomar war, weil es wirklich auch schon abgeschlossen war, waren die ersten drei. Und die restlichen fünf, die fehlen an der Stelle. Und das ist so einer der klassischen Fehler, bei so einem Festplattenschreiben entsprechend auftreten können. Wie gesagt, nennt sich Torn-Write an der Stelle. Bestimmt, Byte sind das. Entschuldigung, 512 Byte sind das. Also 4 KB und dann immer 512 Byte da oben. Hatten wir das in der Form von 512 Byte-Blöcken. Genau, es gibt noch was. Inoffizielle Annahmen. Das sind im Prinzip Annahmen, die von vielen Clients getroffen werden. Also wer solche Festplatten anprogrammiert und nutzt. Das nennt sich auch ganz oft Unwritten Contract. Und da geht man davon aus. Und jetzt behalten Sie mal wieder die Idee von einer SSD im Hinterkopf. Also auf zwei nahe beieinander liegenden Blöcke können Sie schneller zugreifen, als wenn die weit voneinander entfernt liegen. Das macht, wenn wir uns den physikalischen Aufbau von der Festplatte anschauen, macht das durchaus Sinn. Und dann sagt man auch noch, dass der Zugriff auf fortlaufende Blöcke, also ein Sequential Read oder Write, der schnellste Zugriff überhaupt ist. Und gewöhnlich ist er auch schneller als ein wahnfreier Zugriff, also ein Random Access. Also wenn ich irgendwo auf Platte schreibe, ist das langsamer, als wenn ich die Daten fortwährend hinschreibe. Und jetzt kann man sich das wieder überlegen. Angenommen, ich schreibe einen Treiber für konventionelle Festplatten, also für die Dinger, wo sich drehen. Wir schauen uns das gleich auch noch an. Was passiert dann, wenn ich so eine Festplatte entsprechend austausche? Ein paar Worte zur grundlegenden Geometrie von so einer Festplatte. Also eine Festplatte besteht aus einer oder mehreren Scheiben. Auf Englisch heißt das dann Blätter. Und jede so eine Platte hat zwei Seiten. Und ich habe extra mal aus meinem Rechner die Platte hier ausgetauscht. Also eine typische hier 3,5 Zoll Festplatte. Das ist glaube ich eine, die hat genau eine so eine Platte drin. Das sieht nämlich dann so aus an der Stelle. Ich hoffe, Sie können das sehen. Und das Ding, wo man normalerweise nicht seinen Finger ranhalten sollte, was ich aber gerade mache, ist genau diese Platte. Und die hat zwei magnetische Oberflächen. Das ist eine Eisenoxid- oder Copaldeckschicht. Das nennt sich auf Englisch dann schlicht Surface. In der Mitte haben Sie dann eine Achse oder Spindel. Da dreht sich eben das komplette Ding rum. Das ist auch immer schön in einem Kugellager drin. Und es gibt einen Schreibbläsekopf. Das ist das Ding hier vorne. Also die Spitze ist der Schreibbläsekopf. Und das lange Teil, was Sie hier sehen, ist dann der Arm. Und über den Arm positionieren Sie quasi den Schreibbläsekopf auf der richtigen Spur oder auf dem englischen Track. Und die Tracks, das sind eben konzentrische Kreise. Also die Kreise, die dann quasi da drauf laufen. Ähnlich von der Schallplatte, wenn Sie so ein Ding noch kennen von früher. Und weißt du, sagen, das muss wohl eine kaputte Festplatte sein? Nee, die war ganz. Ich habe die extra, extra aufgemacht heute für den Stream. Ich mache die dann nachher wieder zu und baue sie wieder ein. Nein, natürlich nicht. Das sollten Sie auch nicht machen. Also Platten sollten immer zu bleiben. Weil in dem Moment, wenn Sie die aufgemacht haben und der Staubrand kommt, dann funktionieren die in der Regel nicht mehr. Genau, also soviel zum Aufbau von so einer Platte, damit Sie das auch mal von Ihnen gesehen haben. Wenn Sie eine Platte tatsächlich zerstören wollen, also bevor Sie die hergeben, kann ich Ihnen auch immer empfehlen, bohren Sie da rein. Dann dreht sich das Ding nicht und wer mal versucht, das auszulesen, dem fliegt das dann um die Ohren. Genau. Die Umdrehungen, also die Platte von den Umdrehungen, dass Sie dafür auch ein Gefühl dafür bekommen. Ich glaube, inzwischen liegen sie zwischen 7.200 bis 15.000 Umdrehungen. Rotation per Minute nennt sich das dann. Ich weiß noch, früher waren das bei mir, ich glaube 5.400 war früher mal so ein Wert, den man hatte. Und die schnellen Scassi-Platten hat man 7.200. Und was interessant ist, ist eigentlich die Umdrehungszeit. Also wie lange braucht die Platte, bis sie sich einmal gedreht hat. Und bei 10.000 RPM sind das ungefähr 6 Millisekunden. Zumindest stand das so in dem Buch, muss man mal genau nachrichten, ob das tatsächlich stimmt. Genau. Da werden auch nebenbei noch ein paar andere Zerstörungstaktiken für Festplatten diskutiert. Also auf jeden Fall, bevor Sie eine Festplatte wegwerfen, aufmachen, zerstören, also tatsächlich diese Magnetschicht zerstören. Sonst kommen an die Daten ran. Ansonsten gibt es, also was auch das Überschreiben von Daten angeht, das Löschen von Dateien reicht nicht. Also da gehen wir jetzt in der Vorlesung nicht näher drauf ein. Aber das Löschen selbst reicht nicht, weil die Daten dann immer noch geschrieben sind. Und es gibt Verfahren, um Platten sicher zu überschreiben. Also zumindest solche physikalischen Platten. Da muss aber die Platte mehrfach, ich glaube mindestens siebenmal, war mal ein NSA-Standard, siebenmal überschrieben werden, bis man die Daten nicht mehr herstellen kann. Und das können Sie sich so vorstellen, jetzt liegen ja diese Kreise, was Sie auch hier auf dem Bildchen sehen, die Kreise liegen alle nebeneinander auf der Platte. Und die sind Stand heute so dicht gepackt, dass sich diese Kreise tatsächlich überlagern. Sie können sogar, wenn Sie, also forensisch kann man wohl sogar Spuren wiederherstellen, die irgendwo überlagert sind. Also das ist ganz irre, was da Stand heute geht. Von daher die Daten möglichst gut überschreiben. Und da sehen Sie auch wieder ein Problem, wenn Sie mit SSDs zum Beispiel arbeiten. Wenn Sie Daten bei einer SSD überschreiben, weil das vorhin auch genannt wurde, wenn man eine SSD genauso ansteuert wie eine klassische Festplatte. Bei einer SSD ist es so, dass der Controller oder Mikrocontroller, der da drin ist, ja dafür sorgt, dass die Schreiboperationen auf Platte möglichst gleich verteilt sind. Dass nicht irgendwann ein spezieller Speicherbereich flöten geht, weil man kann ja diesen Speicher nur beliebig oft oder nicht beliebig oft überschreiben. Dass eben das möglichst leicht verteilt wird. Und wenn ich dann Daten versuche zu überschreiben, wird eben nicht der gleiche Block oder Sektor überschrieben. Sondern es wird irgendwo anders hingeschrieben, dass man das möglichst verteilt hat. Also das ist wieder, da muss man dann wieder ganz anderes Verfahren einsetzen. Für den Aufbau von der Platte, auch was wir jetzt noch anschauen, ein paar vereinfachte Annahmen. Also einmal haben Sie einen Track. Das ist das, was Sie hier sehen. Also einmal so rum und rum. Und ein Track für uns besteht jetzt erstens auf zwölf Sektoren oder Blöcken. In echt ist das wesentlich mehr. Und Sektor und Block, das wird jetzt einfach als Synonym verwendet. Also da bitte nicht durcheinander bringen lassen. Und wie vorhin schon genannt, jeder Block besteht aus 512 Byte. Und die Spindel dreht sich in die Richtung. Ich war jetzt hier mal einmal für heute Morgen so frei und habe eine Kopie aus dem Buch genommen. Für die endgültige Folie bekommen Sie dann nochmal eine dedizierte Zeichnung da drin. Also so ist es grundlegend aufgebaut. Und da haben Sie auch den Arm. Und das sieht, wenn Sie sich das so anschauen, schon so ähnlich aus wie das Kind hier. Also fast identisch mit dem, was wir hier in der Physik hatten. Jetzt gibt es ein paar Dinge, die wir uns überlegen müssen, wenn wir versuchen wollen, Daten auszulesen. Das eine ist, was es nennt sich Rotational Delay oder manchmal auch Rotational Latency genannt. Das ist die Zeit, bis sich der gesuchte Sektor, also der gesuchte Block unter dem Schreibbläsekopf befindet. Und da kann man sich überlegen, eine vollständige Umdrehung dauert R. Einfach mal so als Annahme. Das ist tatsächlich, bis sich die Scheibe einmal komplett gedreht hatte. Vorhin haben wir gesagt, zum Beispiel 6 Millisekunden. Starten wir zum Beispiel bei Sektor 0 oder andersrum suchen wir zum Beispiel bei Sektor 0 und starten bei Sektor 6. Dann haben wir eben als Delay erhalte, als Verzögerung. Das sehen Sie hier. Ich möchte 0 haben. Ich starte bei 6. Dann muss ich eben einmal das Ding halb rumdrehen. Im Worst Case wäre der Start bei 5. Auch da nochmal das Bild. Ich würde hier liegen und weil sich das ja eben andersrum dreht, dann brauche ich fast eine komplette Umdrehung. Das heißt, das Delay würde so ein komplettes R betragen. Also das muss man sich einmal überlegen, wenn man auf Daten zugreifen will. Brauchen wir später nochmal. Dann gibt es etwas, das nennt sich Seek Time. Jetzt ist es ja so, dass in Wirklichkeit HDDs, also Festplatten, sehr viele Tracks besitzen. Und der Schreibblösekopf, also das Teil hier, das muss ja permanent ausgerichtet werden. Also das fährt ja da immer so hin und her. Bei den alten Platten früher haben Sie das auch gehört. Da hat man das richtig schon hören können, wenn sich der bewegt hatte. Und diese Rotation, also das Bewegen und das Seek, das sind auch die teuersten Operationen in der Festplatte. Und das Seeking, das können Sie auch wirklich mal in vier Phasen auseinandernehmen. Das eine ist die Beschleunigungsphase. Also wenn dieser Arm angestoßen wird, also Acceleration auf Englisch, dann haben Sie ein gewisses Stückchen lang die volle Geschwindigkeit. Das ist Coasting. Und dann müssen Sie ja diesen Arm auch wieder abbremsen, dass er hinten nicht irgendwo dagegen ballert. Da ist ja kein Peilbock am Ende. Das haben Sie auch noch als dritte Phase. Und dann die vierte Phase, das ist die Einschwingzeit. Also bis das Ding exakt ausgerichtet ist, das liegt zwischen 0,5 bis 2 Millisekunden. Und das können Sie sich mal überlegen, warum ist das wichtig? Also stellen Sie sich mal vor, dieser Kopf ist nur so ungefähr auf der richtigen Spur ausgerichtet. Dann bekommen Sie nur Datensalat von der Festplatte runter. Das ist ähnlich, als wenn Sie ungefähr nur bei so einem alten Schallplattenspieler, wenn Sie da so den Tonkopf einfach fallen lassen und dann so ein bisschen hin und her rutschen, bis Sie die richtige Spur erwischen, wer das vielleicht noch kennt. Also da muss man das entsprechend genau und exakt ausrichten. Das dauert ja auch wieder ein bisschen Zeit. Das heißt, erst wenn der Kopf richtig positioniert ist, erst dann findet der eigentliche Datentransfer statt. Also wie gesagt, stellen Sie sich einfach nur vor, das Ding ist nur ungefähr auf dem richtigen Track. Wenn Sie sequenzielles Lesen ermöglichen wollen, dann nutzen manche Diss sowas wie, das nennen Sie Spurversatz, also Track-Squeue an. Dass Sie keine Latenz nach dem Neupositionieren haben. Jetzt schaue ich mal, ob ich da noch gleich ein Bild für Sie habe. Ansonsten kann ich, glaube ich haben wir das da. Ich schaue gerade mal. Ein Track-Squeue wäre eigentlich, Sie schreiben die Daten zum Beispiel auf dem inneren Track. Und wenn die Daten dann weiter genutzt werden müssen, dann werden die genau an der Stelle auf dem nächsten Track weitergeschrieben. Das heißt, Sie müssen dann den Schreib-Lesekopf nur auf eine andere Spur bewegen, aber dann zum Beispiel nicht drehen. Das ist da die Idee dahinter. Dann ist es ja so, wenn Sie sich so eine Scheibe angucken, befinden sich ja zwangsläufig Außenmeer-Sektoren. Das ist einfach so ein Physik-Ding, das dahinter steckt. Und daher werden Platten ganz oft in Zonen eingeteilt. Und eine Zone ist, also das nennt sich ja ein Multi-Zoned-Disk. Und eine Zone sind dann fortlaufende Sektoren. Da fehlt noch ein Wort, genau. Und äußere Zonen besitzen in der Regel mehr Sektoren als innere. Einfach weil die entsprechend größer sind. Dann gibt es in manchen Platten noch ein Schreib-Lesekopf-Cache zur Performance-Steigerung. Und beim Schreiben kann dann eben dieser Cache sofort bestätigt werden. Oder beim Schreiben in den Cache kann dann sofort bestätigt werden. Das nennt sich dann Write-Back. Das ist, wenn Daten in diesen Cache reingeschrieben werden, bekommen Sie gleich das OK. Was könnte jetzt passieren? Stromausfall, Daten aus dem Cache weg, wurden nie geschrieben. Aber Sie hatten das OK schon, dass Sie da sind. Das ist eher dann schlecht. Oder Sie warten eben, bis die Daten tatsächlich auf Platte geschrieben sind. Das wäre dann ein Write-Through. Das hat alles so seine Vor- und Nachteile. Mit dem Write-Back werden wir einfach schneller. Oder können schneller wieder weiterarbeiten. Und bei einem Write-Through müssen wir eben länger warten. Wissen aber, dass die Daten entsprechend sicher weggeschrieben sind. Und dann schauen wir uns noch ein bisschen was zu I.O.-Zeiten an. Wie setze ich denn so eine Zeit für so einen Zugriff hier zusammen? Also die Zeit für eine I.O.-Operation setze ich entsprechend aus der Seek-Zeit. Also wie lange braucht das Seeking? Wie lange braucht die Rotation? Das hängt immer davon ab, wo steht gerade meine Platte. Und wie lange dauert der eigentlich Datentransfer ab? Und der Datentransfer ist, wie schnell oder langsam können die Daten gelesen werden. Also das ist eine Zeit, die sehen Sie manchmal. Was dann aber ganz oft verwendet wird, ist die I.O.-Rate. Das haben Sie vielleicht schon mal gesehen bei solchen Platten. Und die setzt sich zusammen aus der Größe von den Daten, die Sie transferieren möchten, geteilt durch diese I.O.-Zeit, die wir da oben berechnet hatten. Und da können Sie dann Festplatten ganz gut vergleichen. Also hier auch nochmal zwei Ausschnitte aus dem Buch. Da haben Sie einmal eine Cheetah-Festplatte und eine Barracuda, die verglichen wurden. Die Cheetah hatte 300 Gigabyte und die Barracuda 1 Terabyte. 15.000 Umdrehungen hatten wir da, 7.200 an der Stelle. Durchschnittliche Seektime, 4 gegenüber von 9, eine schnellere Transferrate, 4 Platten an der Stelle, 16 Megabyte Cache und dann eben das KCN gegenüber von Sata, also die Anbindung. Davon hängt auch davon ab, wie viele Daten man entsprechend transferieren kann. Und dann können Sie eben bei einem wahlfreien oder sequentiellen Zugriff mal vergleichen, dass die Cheetah-Platte bei einem wahlfreien Zugriff langsamer ist als die Barracuda, aber beim sequentiellen wesentlich schneller ist als die Barracuda. Genau, so kann man sich dann, oder hat man sich früher überlegt, welche Platte stecke ich dann rein. Das Buch ist nicht ganz so alt, weil das gerade noch angemerkt wird, aber die Beispiele, die ich da rausgeführt habe, die werden jetzt nicht permanent neu gemacht. Die hat der Autor einmal reingeschrieben. Ich habe jetzt hier nur einmal übernommen, dass man da ein bisschen einen Vergleich sehen kann, wie man das verwenden kann. So, was gibt es noch? Jetzt haben wir ein Gefühl dafür bekommen, die Zeiten sind ja relevant. Und ein anderes Problem ist natürlich, da steckt viel Mechanik drin. Also da bewegt sich ja alles. Und jetzt haben wir da relativ hohe Kosten für so einen Disk-Zugriff. Und deswegen gibt es auch, ähnlich wie bei den Prozessen, einen Scheduler, in dem Fall einen Disk-Scheduler, der über die Zugriffe entscheidet. Und anders bei Prozessen können Sie Plattenzugriffe ganz gut berechnen. Das wissen Sie vielleicht noch, als wir die Herleitung für einen Scheduler oder für ein Prozess-Scheduling gemacht hatten. Hatten wir uns mal überlegt, die perfekte Lösung hätten wir ja immer, wenn wir wüssten, wie lange dauert ein Prozess. Und dann hätte man das entsprechend auch schedulen können. Das wissen wir bei Prozessen ja nie. Deswegen haben wir uns durch so vier, fünf verschiedene Varianten durchgewählt, oder durchgearbeitet, bis wir am Ende eine recht gute Variante hatten, um zu schedulen. Jetzt ist es bei Disk-Zugriffen anders. Dadurch, dass ich weiß, wie viele Daten ich lesen muss und wo die Daten liegen, kann ich das ganz gut berechnen, wie lange dieser Zugriff dauert. Und deswegen kann dieser Disk-Scheduler das ganz gut machen. Und da kann ich eben sowas wie die Siegzeiten und das Rotation-Delay mit reinrechnen. Und jetzt sprechen wir über Betriebssysteme. Und jetzt überlegen Sie sich mal, naja, wenn ich Betriebssysteme programmiere, wie bekomme ich das eigentlich hin, wenn ich diese Siegzeiten und dieses Rotation-Delay ausrechnen muss oder müsste. Also vorweggenommen, wir machen das nicht. Wir überlassen das tatsächlich immer dem Controller oder dem Scheduler, der in der Regel dann auf so einer Platte auch ist. Also früher war das anders. Da haben sich die Betriebssysteme darum gekümmert. Heute kümmern sich die Platten darum. Wir schauen uns an der Stelle einfach mal ein paar Strategien an, wie man da rangehen könnte. Das eine oder die erste Scheduling-Strategie, die es gibt, ist Shortest Seek Time First, also SSTF abgekürzt. Das heißt, da gehe ich hin und ordne die Jobs nach den Tracks an. Und zwar die Anfrage mit dem am nächst gelegenen Track, die wird zuerst ausgewählt. Das ist auch, wenn man sich überlegt, das ist die geringste Positionierungsänderung, die ich aktuell habe. Also was quasi den Arm, also auch die Rotation angeht. Und da haben wir jetzt genau das Problem, was ich vorhin angesprochen hatte. Wir wissen ja gar nichts über diese Disk-Geometrie. Also wenn ich morgen hingehe und eine andere Platte einbaue, dann weiß mein Betriebssystem ja gar nicht, wie die neue Platte aussieht. Und wenn dann übermorgen eine neue Platte rauskommt, was es ist, vom Festplattenhersteller, dann müsste ich ja permanent das Betriebssystem updaten und dem diese neue Geometrie von der Platte mitteilen. Also kann das nicht funktionieren. Anstelle dessen kann man aber einfach den nächstgelegenen Block verwenden. Das nennt sich ja Newest Block First, weil das könnte ich wissen, wo der nächste Block liegt. Dann gibt es ein zweites Problem. Starvation. Bei einem fortlaufenden Strom von Anfragen, also wenn jetzt immer wieder Anfragen kommen, und zwar Anfragen, die auf einen ganz naheliegenden Track oder eben Block gezielt sind, zum Beispiel immer auf die inneren, dann würden ja alle Anfragen auf den äußersten Track ignoriert. Ja, weil ich bleibe dann immer da und bekomme das eigentlich nie hin, dass dann mein Arm sich mal neu positioniert an der Platte. Also vielleicht auch ein Beispiel wieder ein bisschen erklärt. Angenommen, alle Anfragen sind irgendwo da innen. So, da bewegt sich das komplette Ding. Dann bekommen Sie es ja nie hin, dass dieser Arm auch mal ganz nach außen geht und da die Daten liest. Ja, das wäre so dieses Problem, das wir hier haben. Das heißt, es gibt etwas, das nennt sich Scan oder C-Scan. Das haben Sie vielleicht schon mal gehört. Und da ist die Idee einfach so, bei einem Scan bewegt sich der Arm von den inneren Tracks nach außen und wieder zurück. Das heißt, so über die Zeit bewegt er sich einmal nach außen, einmal nach innen. Und alle Anfragen, die ist dann so auf dem Weg, die man mal so aufgesammelt hatte, die werden dann abgearbeitet. Und damit denkt man erstmal, okay, das sind ja alle gleichermaßen bedient. Hat jetzt aber ein Problem. Wenn Sie sich das überlegen, das geht jetzt hin und her. Das heißt, da wird einmal eine Anfrage bearbeitet auf den äußeren Tracks. Dann gehen Sie über die mittleren Tracks drüber. Dann werden die inneren Tracks bearbeitet. Und dann gehen Sie wieder über die mittleren Tracks. Das heißt, die mittleren Tracks werden doppelt so oft bedient wie die äußeren und inneren. Und das ist nicht ganz fair. Und deswegen hat man sich eben dieses C-Scan überlegt. Und anstelle, dass man in beide Richtungen geht, also einmal zurück und einmal vor, werden die Anfragen immer von den äußeren Tracks abgearbeitet. Das heißt, auch da bin ich dann quasi außen, laufe einmal komplett nach innen. Und dann auf dem Weg nach außen wird eben nichts gelesen. Dann lese ich dann wieder von außen nach innen. So funktioniert C-Scan oder Circular Scan vom Grundprinzip. Allerdings ist es so, wir hatten ja vorhin gesagt, wir wollen sowas wie einen Short-Job-First-Ansatz. Also die Clients zuerst abarbeiten. Das wird dem ja gar nicht gerecht, weil es könnte ja durchaus sein, dass auf dem Weg bis zur Mitte ich ganz große Jobs habe. Und die kleinen Jobs nur ganz, ganz innen liegen. Und weil die Frage aufkommt, ist das nicht eine Treiberfrage. Es ist noch nicht mal die Treiberfrage, sondern der Treiber kümmert sich wirklich nur um diesen Zugriff. Also quasi um die Kommunikation mit der Hardware. Da kümmert sich der Scheduler von der Disk drum. Also dafür gibt es wirklich eine eigenständige Komponente, die sich darum kümmert. So, eine alternative Strategie, die es gibt, ist Shortest-Position-Time-First. Oder manchmal auch Shortest-Axis-Time-First genannt. Und da mal ein Ausgangspunkt, das ist jetzt mal so, was wir hier rechts auf dem Bildchen haben. Das heißt, wir sind hier bei der 30 positioniert. Und da stellt sich jetzt so die Frage, ich habe jetzt zwei Anfragen. Einmal links oben auf die 8. Ich hoffe, man sieht das, die sind dann ein bisschen grau hinterlegt. Also ich habe hier einmal die 8 und ich habe hier unten einmal die 16. Und wo gehe ich jetzt eigentlich ran? Die Platte rotiert ja hier rüber. Das heißt, die 8 ist wahrscheinlich relativ schnell von der Rotation da. Aber ich müsste meinen Arm komplett nach außen bewegen. Und die 16 braucht wesentlich länger von der Rotation her. Also eine halbe Umträgung ungefähr mehr. Aber ich müsste den Arm nicht so weit bewegen. Und das heißt, da macht man das jetzt abhängig von den Siegzeiten und von den Rotation-Delay-Zeiten. Und das löst eigentlich unser vorheriges Problem. Und das bringt jetzt plötzlich ein komplett neues Problem. Das Betriebssystem an sich kennt ja nicht diese Track-Grenzen. Also das weiß ja nicht, wo ein Track aufhört und der andere Track beginnt. Und weiß in der Regel auch nicht, wo sich dieser Schreib-Lesekopf gerade befindet. Das will ich eigentlich aus Betriebssystemsicht auch gar nicht wissen. Und deswegen wird eben so ein Algorithmus meist innerhalb von Drive direkt implementiert. Also das Gerät kennt das wirklich. Wo sich jetzt eben von der Geometrie her die Platte oder der Schreib-Lesekopf gerade aufhalten. Ist das soweit verständlich? Ein bisschen die Idee rübergekommen, wie so eine Platte aufgebaut ist. Und wie man die Daten da rausliest und was damit verbunden ist. Tatsächlich, früher muss man das direkt anprogrammieren. Da waren die Platten aber auch bei weitem nicht so komplex aufgebaut. Wie heute. Und es gibt da noch ein paar weitere Herausforderungen. Also wie gesagt, früher war das ganze Scheduling-Betriebssystem drin. Da war das aber auch alles ganz einfacher. Jetzt haben sie eben diesen komplexen Scheduler direkt auf dem Disk-Controller. Also noch nicht mal drei, sondern wirklich im Disk-Controller. Der dann eben auch die exakten Daten über die interne Positionierung hat. Sie müssen sich auch überlegen, wie klein das ist. Und wie exakt so ein Gerät entsprechend positioniert werden muss. Dann ist es auch so, das Betriebssystem schickt eigentlich die Requests einfach an die Disk. Die es am geeignissen hält. Also das ist das, was ich maximal noch Richtung Scheduling mache. Also ich sage einfach, guck mal, hier habe ich diese Menge an Anfragen. Und ich schicke die mal. Und die Disk kümmert sich dann mit dem Scheduling komplett um den Rest. Dann gibt es noch eine Sache, die nennt sich IO-Merging. Das kann man sich auch überlegen. Dass Anfragen, die nahe beieinander liegende Sektoren betreffen. Also entweder die direkt hintereinander liegen oder die vielleicht nebeneinander liegen auf den Tracks. Die könnte man vielleicht möglichst zusammenfassen. Weil dadurch könnte sich ja der Overhead für das Betriebssystem reduzieren. Da hatten wir vorhin ja auch zum Beispiel bei dem Co-Leasing-Mechanismus von den Interrupts genau diesen Punkt. Mehrere Anfragen, die dann auf einmal abgearbeitet werden. Dann hätte ich eben nur einmal so eine Antwort an ein Betriebssystem. Und dann haben wir immer noch die Frage, wie lange sollte eigentlich dieser Scheduler warten, bis eine IO-Anfrage abgearbeitet wird. Also starte ich jedes Mal sofort los, sobald das Betriebssystem sagt, ich brauche hier Daten von, also irgendwelche Daten. Oder macht es vielleicht sogar Sinn, dass wir sagen, oh, ich warte einfach einen kleinen Moment. Weil es könnte ja noch eine bessere Anfrage kommen. Ich nehme jetzt hier auch nochmal die Hardware kurz in die Hand. Ich könnte natürlich sagen, jetzt kommt eine Anfrage und ich müsste den Schreiblesekopf bis nach außen bewegen. Und eine halbe Rotation, bis ich an den Daten bin. Das mache ich sofort. Und wenn ich das jetzt bei jeder Anfrage mache, dann könnte es sein, dass die Platte hier die ganze Zeit, also der Arm die ganze Zeit hin und her oszilliert. Und ich andauernd irgendwo komische Daten rauslesen muss. Jetzt kann ich ja, dann hätte das Betriebssystem auch schnell die Daten. Das wäre eine super Geschichte. Ich könnte aber auch hingehen und einfach sagen, okay, wenn ich jetzt hier gerade positioniert bin, dann warte ich einen kleinen Moment. Weil vielleicht kommt ja noch eine Anfrage, die ist besser. Und da muss ich mich nicht so viel bewegen. Und dann kann ich meine Platte wesentlich effizienter nutzen. Jetzt ist halt die Frage, wie lange warte ich da? Und das ist, glaube ich, so diese große Kunst, wenn eben so eine Platte entsprechend auch gebaut wird. Es hat oder programmiert wird oder auch dieser Scheduler gebaut wird. Das hat aber ganz konkrete Auswirkungen auf das Betriebssystem, weil das bedeutet immer, wie lange warte ich, bis meine Daten bekommen. Und das ist ja eigentlich das Relevante, weil wie lange warte ich, bis ich meinen Prozess wieder starten kann? Das heißt, wie schnell bekomme ich eigentlich eine Antwort von diesem Prozess wieder zurück? Okay. Untertitelung des ZDF, 2020